Musik Musik . festgelegt will ich erst mal sofort ich will jetzt also auf dich zugelaufen würden so gehen wir hier jetzt hat sekundär ziel oder da steht ja immer wir sollen immer erst sekundär ziehen wir sollen erst mal sekundär zu machen steht da immer also nicht hier hier ja na ja guck mal wie er auf mittel abläuft spitalsperrfeuer und bei meine geschütze die mich dauernd umbringen wir werden nicht mehr verkrüppelt gelenkte demokratie ist ein eckfeiler einer hochkultur die dunkel dann kümmern wir uns um das hier schon mal gehen wir verkauft da kann man gucken was hier so ist bürger hoher priorität kommunikations ablenker stellen sollen wir erstmal da links sind gegner das meine linken damit die uns nicht nerven alles klar okay ja 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 alle hecht ich hör irgendwas großes atmen ich hab das was größeres ist hat ein stürmer ich hör irgendwas so ein großes brummen ne ja was auch immer da ist es ist leicht tot ich hab da kompakt ist ich weiß es nicht dann war mal bis hat feuerwerk zu ende ist laufen da steht auch wie lange hat noch läuft alles klar mehr stadt noch nur sekunden eine sekunde ok sie werden so eine tür nähne probe 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 terminal aber da kommen gegner ich platziere mal ein gott hinter uns kommen welche also nebenbei da habe ich von meinen geschütz ihrer dreckigen mistviecher naja ist klar naja naja das ist der ich bin dabei ich bin dabei 100 100 wo ist die 100 gibt mir die 100 und rechts muss man auch drücken okay dann habe ich jetzt mal nicht gesehen da wo ich dir kein wort da ne da sind sogar noch mehr hier in der Ecke da ja okay direkt zum nächsten ziel da ist genau da okay 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 rufen glaube ich jetzt ein orangenes zeug hier ausgelöst hat er gestorben zivilisten fürchtet euch nicht wir sind hier und da sind gegner so wie war noch mal irgendwo ein terminal nämlich kampfmusik da müssen wir nach euch ziehen suchen ich glaube ich sehe schon eins dame auf die 2 ich gucke ob ihr alles sicher ist bürger kommt raus folgt mir zur freiheit im wahrsten sinnes was passiert eine probe ich glaube wir sind proben ja oh ja ich hatte g das war tot ich kann eigentlich dauern ist gepanzert ein magazin ich habe es gemerkt vorhin ich habe sie aber außerhalb von dem dinge ich bin gar keine von diesen häusern die wird dann direkt danach zu dem anderen jetzt ist das andere wieder da okay ich habe ein ah ah lang das hat meine Minen kaputt gemacht das Beben nein irgendwie bin ich zu blind für diese häuser ja ich weiß und ich auch wollte ich helfe ich habe alle türen verriegelt und ich habe geholfen weil ich irgendwo anders umgeschaut demokratie demokratie ist halt schmerzhaft manchmal okay so geht da rein leute danke nein kommen gegner ich weiß ah ich habe mein gesamtes magazin die ganze zeit geballert wie blöd ach ich habe mein dickes mg ich habe geschossen ja das ist mir aufgefallen ja genau da sollten wir vielleicht mal hingehen da ist stimmt da sollten wir vielleicht eher hingehen ja da sind gegner ja ja so weg ich bin ein klein wenn ich das gibt oder hinkommen sie nein 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 ich bin mal so ein so kleiner der mich vorerst erfassung bringt ich war das bei einem geraus oder ruhig in meinem ghaus aber mein geschützt schon wieder das ist voll cool da ist voll cool essen wie bei den astronauten ey das ist richtig gut ne der klappt wohl in sicherheit bringen ok reagenz gläschen wenn es geht vom stück so denke ich dann erstmal dafür wie so ein shooter zusammen spielen ja wir haben im battlefront die zeitgleich die story gespielt aber das haben ja anderes ist mir irgendwie letztes aufgaben ja noch nie ein shooter irgendwie zusammen ich weiß nicht wie man da hinkommt so genau ich mag eigentlich auch schon da nur nicht als so kompletten shooter wo man irgendwie gegen andere spieler spielt so co-op shooter sowie sowas hier left for dead und sei soweit er liebe ich bin halt nur nicht so gut darin wie war pinata animal crossing ja habe ich auch mal eine weile lang gespielt habe ich die switch version von der spiel so ein bisschen zu langweilig meiner meine ich habe letztes mal bei kaufmann oder so habe ich irgendwie so eine pony spiel gesehen habe ich mir gedacht soll ich mir mitnehmen zeit mein geschützt zu platzieren ich platziere sehr weit weg von mir mein geschützt wird so ich gehe mal kurz ganz weit weg während mein geschützt am ballern ist ist kein bestimmten grund warum sieht es ja aus wie in der halle wäre jetzt noch wer aber wir müssen zerstören verdammt 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 mein orbital schlag hier einpacken aber jetzt wenn es immer zu lösen gibt keine ahnung mach mal ich nehme meine exakt für die quest hier ich gehe auch mal weit weg aber hier kommen von allen seiten gegnern sehe ich gerade aber wir müssen ja weg wir müssen ja weg kommt von allen seiten gegner geschützt die bombe die bombe muss man da glaube ich ziemlich da ganz oben platzieren das wäre super gut direkt durch steckt ich sehe kommen wird geschützt hilft mir auch gott mach du mal weiter ich bin ja noch im weg rennen ich weiß nicht was ein radios hat das ding ich habe da einen großen radios oh gott okay gehen wir sind auch weg hier mein gott ich würde die ganze zeit vom gegner verweich ich habe keine zeit mich um das alles zu konzentrieren kaputt ich meine mission ja war doch immer wir machen mussten missions hier war noch auf der karte nämlich hinter der sekunde erst mal gegner erledigen ich habe keine pistole letzte probe meine aber 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 ich kann ich ja nicht halten die gegner greift mich an nein du bist wie ich musst du da nein mein ding ich muss nach an hier ist jetzt schon wieder los ich habe da den mit dem nebel grad erledigt keine ahnung ich bin die ganze jahr kämpfe ich habe keine gegner kommen wir von beiden seiten ich habe keine munition für gar nichts mehr ich habe keine munition für gar nichts mehr ich habe viel spaß nein nein aber wenn wir sowas von drauf gehen ja pass auf fährt doch mal weg ihr blöden stücke was sogar gerade passiert ja noch nicht bei mir mein geschütz jetzt geht das schon wieder los ja pass auf ich habe das gleiche problem ja wie sonst auch immer jetzt haben wir wieder barant jetzt nur noch zwei gegner oder haben wir ja ist erledigt ich weiß nicht wo die gelandet ist irgendwo habe ich nachschub platziert gerade irgendwo da wo der container da ist war das glaube ich ja weil sie nicht ich habe keine motion wir haben eine forschungsstation zerstören da kommen sie auch schon das sind auch schwer leute hat doch durchbruch passiert jetzt passiert gleich wie sonst auch mal hier sind wir in die wahl und macht das ding kaputt und lassen nach hause gehen ich sehe ja schon wieder wieder abläuft der blöde ding kaputt und dann gehen wir nach hause bei mir sind keine gegner mehr das gebäude kaputt machen hier nix gemacht nein ich weiß gar nicht was man ja machen muss hier soll ja hier pöllenbombe ja geweckt die ganze zeit dahin gemacht ich wollte das ding gerade aktivieren aber die wegen der kamera fällt kann ich nicht sehen welche das nicht drücken musste weil sie auch nicht kaputt gegangen bevor ich die zünden konnte ich bin am terminal das mit so einem fernzünder ja du musst da hingehen und deaktivieren ja wenn sind das habe ich doch gott ich weiß nicht ob ich nah genug dran bin weit weg dann bin gott okay weg hier wenn es geht oder wenigstens in der nähe des nachschub kommt jetzt gleich weil er ruf sagt gerade hinten kommt schon wieder die nächsten gegner mit am liebsten von dem weg gehen erstmal ich mag das gebiet ich glaube die kombiniert uns ja schon gesehen granate ich komme schneller ich bin hier im wasser aua weg aber ich dachte ich krieg keine verletzungen mehr irgendwie wo ich trotzdem verletzt gerade die vitalität ich weiß nicht was das bringt ob das keine verletzungen geben wir müssen sogar dein da ist wahrscheinlich noch mehr lebensenergie oder so da wäre natürlich auch gut radar steht hier ist noch was wir auf den arm nehmen sehen wir aus das hätten wir für soweit alles hier zeit naja kommt von den gegnern aber gott naja ich verblute noch ein magazin darüber ich habe doch terminal aktiviert hier werden hier haben ein maschinengewehr muss ich nach ich war gerade selber ja da ist irgendwie mit irgendeinem mission ziel oder so ja so haben wir alle also eine spritze haben wir gerade gesagt wo ich soll ich heilen ich brauche jetzt bräuchte ich mal nachschub langsam und schrutt nein ich habe keinen schruttgewerden mit so mehr na los macht schnell ja satellitenschüssel wo wo da oben von noch mal schnell bitte so ja weiter weiter in die richtung mal richtig weiter 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 stopp ja genau da sind natürlich wieder gegner ist klar ich will nur einige vorräte leute geht mal zum weg nein ich gebe ich nicht so wir sind ja von ihr weg gehen ja haben wir ab elf minuten in die richtung müssen wir ungefähr ja natürlich sind der gegner das links lang dass sie umgehen los los lasst mal die gegner bitte umgehen ich weiß nicht ob wir hier irgendwie richtig sind irgendwie nicht warte mal ich versuche die gegner hier um zu umgehen ne ja welcher verhindert ja klar wir sind ja schon auf dem weg wir haben uns hier verehrt in diesen blöden krater krater ja was auch immer das ja mein gott mit dem hellen loch okay ich warte mal auf dich ich werde nicht online rumlaufen kann kart so ich glaube wir müssen ich weiß nicht wie man ja aus diesem krater rauskommt also ein gegner wem erkannt dort die auch ja tut die auch irgendwie beeinflussen anschein ja ich nehme an da ist er aus kann also wie so war öfter die granaten ich versuche die gegner kaputt zu hauen ja heute naja kommt schon wieder ein angesprungen ist klar aber aber der wünschpunkt wieder geht weg ja frisst ich wollte euch um das geschützt ja da sehe ich auch den blauen stahl endlich mal mein geschützt kriegt nichts kaputt geschossen sehe ich das ja ohne sterben durchkommen also ich bin gestorben aber durch mein geschützt glaube ich die beide ja was soll ich sagen mein geschützt ist halt sehr genau nicht ja irgendwie nicht genau wer würde dich nicht abknallen wir kommen da hoch ich hol mir ein wachhund und frohe im spiel ja da hätten sind eine menge gegner aber die sehen uns nicht so ab nach hause hier ist eine gute position na wo plötzlich mein geschützt wo kommen gegner andere seite kommen sie neiten sind sie ne und da ist der dreckigen viecher wir kommen hier wir kommen die treppe hoch das ist ein wenig demokratie ja ich bin ja schon in sicherheit finde ich gut da kommt einer da kommen wir ja dicke dicke leute kommt so klar ich tue gerade den ansturm von den leuten ich muss nachladen ja naja könnte man aufhören zu sparen ja gar nicht auf so mein gott und 2 mg magazine war sehr gut das das ist angekommen da steht aber auch mit einem orbital dingen immer am ende wir laufen ja ganz mit promen der muss ja riskieren ich habe jetzt noch gegner getötet ja toll müssen wir nicht ich bin kein erfahrungspunkt also bringt mir ein gutes gefühl dadurch der demokratie gedient habe ja hier plus 25 prozent ehrenhaft gepflegt dann lief doch halbwegs gut mich auch ausgezeichnet jetzt die zweite operation auf dem planeten direkt jetzt aber neu dass man jetzt immer schmutzig herauskommt oder kann man irgendwie ein update vorhin noch ich brauche acht medaillen 48 12 proben noch dann kann ich meinen hangar zum ersten mal hochleveln so gehen wir direkt zur nächsten operation eine rettungskapsel in der region abgestürzt ist enthält wertvolle daten die helfer sind bereit kannst du schon wieder holen der horbit wurde synchronisiert jetzt mal rein in dem moment wo ich da rein tauche bin ich wieder weil nicht sauber hier hin hier ist nix ok jetzt bin ich wieder schmutzig ich dachte mit verletzungen mein irgendwie so gebrochen haben und so ja ich weiß ja nicht wofür das steht ich weiß ja nicht wofür das steht ich weiß ja nicht wofür das steht könnte sie ist aussetzt eine grüne rüstung an ich war eine etwas mehr kontrolle in dieser mission vorhin ich bleibe dazu helder was sie die galaxie durchreißen kann auf altruinen und raritäten stoßen aber nicht vergessen nur ein weiter interessiert sich für alien art fakte ok kenne deinen feind leute war die ungeballte macht der helder ich mag diesen planeten nicht hier sieht man kaum weit ok rettungskapsel daten hochladen was soll man machen kleine sehenswürdigkeit hier unten hat ich glaube ja da haben wir munition granaten gewöhnliche probe lager bestand 300 patronen liberator motion 14 spritzen 12 galonen wasser später kanalen ja falls sie granaten oder sowas ich bin ich bin immer direkt voll wenn ich es vorne ich bin immer satt ja ist mein kaputt ich glaube ein bisschen kaputt ich nehme an dass sie jetzt die rettungskapsel ok und ich soll dich beschützen dann packe ich mal mein geschützt nehmen also optimale schutz wenn wir sie auch nichts ich mache die sexy pose extra für dich deine ja du hast dann auch anders gucken muss nicht unbedingt zu mir liegen geh weg na na so sehe ich ein schöner job hier dann können wir da ist ich schleiche mich mal daran alle bog lücher schließen naja macht aber ich will erledigt so 1 wird noch anscheinend 4 von 5 ich gehe dort dort hintere versuchen da kommt gerade einer raus ist klar jetzt kommen wir durchbrüche ist gerade kampfmusik doch hier kommt wieder so ein buch durchbruch ich habe nur gehört soll ich sie über topfer karte das war dickes ist jetzt so ein gift speyer ich war gar nicht gerade müssen wir so schnell kleiner ich habe keine kanaden mehr ich habe die gerade benutzt so war extra noch dahingehend naja wenn er das muss hingehen wenn wir so nächster kaputt machen müssen dann würde ich erst mal nachschub spawnen aber dann schlag rein machen oder wisse da so rein gehen ich mach mal ein naja so gut aber der kaputt naja den großen tun sie natürlich nicht treffen ist klar naja beben statt ich habe es ich habe schon gesehen ich höre mal großes ich habe mich was auch immer hier ja back durchbruch sehr super aktiviert das weg der leute man kann ich den container nicht hochklettern er könnte mich verretten mann mal mann mal mann mal mann mal direkt ein stück das stück fast milliarden da hat schon wieder müssen wir ja machen drücken schon da war ich plötzlich mal etwas nachschub wenn es geht um es mal lang ja schon wieder so ein dickes ding die satelliten schütze schon ausgerichtet ausgezeichnet perfekt so muss das naja ich würde gerne die motion ich weiß überall wo du hingehst ich kann gar nicht nachladen weil ich kann weiter im text ich glaube die satelliten schütze hat irgendwie ein paar sachen aufgedeckt auf der karte ich sehe jetzt immer weiße klamotten das ist eine super waffe so sind granaten ok wir sind flammenwerfer glaube ich das war ja nichts an munition und nein das war so ich sehe ich weiß nicht wo wir hingehen da reicht so viel aus hinter mir wo kommen wir denn jetzt her das ist ein wenig demokratie zucker 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 ich bin tot nein er hat mich voll gekotzt er hat meine probe nein was ich auch los nicht alleine lass dich nicht von dem vollkotzen ich bin tot aber weg ihr blöden fischer hier weg und eine proben irgendwo irgendwo da waren sie ich gehe auf die roten dinger und richtung evakuierung das ist schon wieder so eine zecke ist klar ich habe gerade ich habe gerade proben papier plus vier gesehen wenn auf jeden fall ein bisschen besser jetzt habe ich sorge für wir sind besser vorbereitet ich muss erstmal nachladen mein mg kriegt ja nicht relativ schnell da und wenn ich die den rücken treffe aber ich habe ich voll angekotzt so richtig voll mitten ins gesicht du hast was tode ich versuche auf sich zu landen ich glaube ich land sogar auf die nein ok sind schon wieder zu viele gegner meine proben lagen da war die man mit dem weg da ich werde auch gerade von einer gejagt ich glaube ich 1 2 3 gegner weg was will ich aber auch jetzt hatten orbital schlack warte ich suche meine proben kurz ja einmal bin ich glück gestorben was ich da wieder belebt habe ich meine proben ja ich hatte nur zwei proben weiter im text doch ich wollte gar nicht jetzt hat der magazin weggeworfen ich würde noch abbrechen oder der hat schon sein magazin weggeworfen ich werde noch weiter gucken erstmal boah zecke ich habe so ein tipp gelesen man soll man soll kollegen immer hier in der nähe von den proben ja wieder blieben und eigentlich sind macht okay jetzt sind auch wieder gegner hier sind viele gegner hier hat einfach zu schnell klingen die dicke ist bei mir vorweg geschwungen hat überlebt geräte dem gesich ich glaube dass dort ich bin hier so weit von tun stirbt ich sehe wieder was endlich okay sind eine menge gegner gerade deine proben lang irgendwo nicht angekommen ich tue mal ich habe nur zwei granaten aber ich habe mir jetzt welche nachschub fall zu baust ja da war sehr gut hinter uns nein ich glaube da wollte gerade leute rufen da kommt welche aber hinter uns kommen auch welche da ist eine zecke renn weg ja ja der planet auch nicht mehr muss er jetzt beben wir wo laufen wir hin dahin müssen wir natürlich jetzt hier noch ein nest ich kann meine kanaten nicht werfen wir sind gerade eine menge gegner eine menge gegner eine dicke da sind einige nästa gewesen die kümmern gott städte dem ich mich ja ja okay okay finde ich gut ich krieg die ganz klein ich habe den kleinen viechern mehr probier als die großen und hinter uns kommen welche ich packe ein geschützt nein ich weiß nicht warum das schon wieder da kann man irgendwo hochklettern oder so da will ich mich für sicher auf ihn war rechts tut mich immer fast kill ich werde glaube ich gerade überrannt der blöde mich er geht weg ja ich werde auch gerade überrannt also da keine position als das genachladen werden ja erst wenn ich umgerannt damit angekotzt ich bin tot sein stürmer naja danke da war ein stürmer gerade naja ich wollte da oben landen ich bin noch mal proben wir haben irgendwo hier da sind wo du gestorben bist dann ja so ich bin sehr viel besser geworden ja nicht aber auch sehr stressig ganz ehrlich wenn wir den gegner ja ich weiß ich weiß nicht wo meine proben sind von hause wir haben vier proben mega reiner deswegen deswegen wollte ich abhauen weil ich kann lust mehr auf so war da frage ich doch lieber nach hause setzt mich an mein kamin ja mission abgeschlossen zerstörte ausbossen 1 von 2 9 nochmal zurück drei sterne ja überragender patriotismus zweiter platz woher wir gehen auf den zweiten platz mehr wir haben genau da und 21 punkte bekommen glaube ich oder auch nicht trug wirkung 2 ausgezeichnet ja wir lernen oder vielleicht waren dann einfach nur sehr einfache mission ich schaue noch zu verhängen pass auf ja ganz deutlich ja 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 ja